Hallo Leute, willkommen zurück hier im Moonlight Let's Play. Ryan trainiert hier immer noch auf der Feuerwache. Seine Schicht ist bald zu Ende, also viel muss er hier nicht mehr machen zum Glück. Noch etwa eine Stunde, er wollte allerdings hier bis zur Ermüdung trainieren. Und das habe ich ihm jetzt mal ein bisschen machen lassen. Wir müssen immer noch 30 Sims retten. Wir haben noch keinen einzigen Sim gerettet, weil wir auch noch nicht so weit sind, dass wir wirklich Sims retten in dem Sinne. Kommt bestimmt demnächst noch. Genau, dann schicken wir nochmal Duschen, dann kann er da den PC nochmal reparieren. Uh, jeder Sim kann ein großartiger Alchemist werden, doch nur wenige Individuen erreichen alchemistische Perfektion. Uh, es ist nicht einfach, doch für jene, die es wagen, ist das eine große Errungenschaft. Suche vier Insekten beliebiger Art und bringe sie ins wissenschaftliche Labor. Uh, ist das so wie beim, wenn man gärtnet, richtig gut gärtnern kann und dann irgendwann Käse und Fleisch pflanzen lernt? Ist das hier mit Alchemie auch so? Wenn ja, habe ich das noch nie irgendwie mitbekommen. Cool. Kiara möchte Süßes oder Saures. Äh, nein. So, Insekten suchen. Haben wir denn hier? Uh, wir haben eine Menge Insekten. Uh, das erinnert mich auch daran. Ich wollte generell auch mal hier vielleicht den, ähm, Sammelhelfer für sie kaufen. Das wäre ja eigentlich ganz gut, wenn Stella den hätte. Ähm, ich meine, aktuell brauchen wir die nicht. Wir haben eh alle unsere Insekten hier angezeigt. So, ja, dann gehen wir doch einfach in unseren Garten und sammeln da die Käfer ein, oder? Warten wir mal, bis die hier angezeigt werden, richtig. Genau, können wir hier den Schmetterling fangen. Hier sind noch die Käfer. Holen wir mal vier unterschiedliche, oder? Genau, haben wir das. Wo ist das Wissenschaftliche Institut? Hier. Ja, dann lasst uns einfach noch hier die Marienkäfer mitnehmen. Ähm, und dann hier noch diese Käfer, weil sie hier angezeigt werden. Was ist das da? Wo sind unsere Käferchen? Bist du eigentlich schon fertig? Ja, bist du. Dann kannst du eigentlich mal nach Hause gehen. Hier, fangen. So, und dann kannst du eigentlich da dann hingehen. Ähm, ja, ich würde gerne, ich würde gerne auf jeden Fall, ne, zum Abschlussbeginn. Ich würde gerne die Schlimmerparty machen, aber ich würde sagen, heute ist kein guter Tag für eine Schlimmerparty und eine Party veranstalten. Ich glaube, die drei Sachen können wir bestimmt an einem Tag erledigen. Die Schlimmerparty und alles irgendwie gemeinsam machen. Und dann noch Chiara einladen und so. Dann, genau, schicken wir ihn jetzt erstmal nach Hause. Dann kann er vielleicht noch ein bisschen Fernsehen. Oder ein bisschen Videospiele spielen. Online spielen. Hm, klingt auch gut. Mit unseren Freunden, wenn wir da eine Option haben. Hm, nee. Ja, dann spiel einfach, äh, dann spiel einfach so ein bisschen online. Uh, heute ist der erste Jahrestag auf der Arbeit von Ryan. Cool. Er spielt jetzt, oder nicht, er spielt jetzt. Er ist jetzt quasi seit einem Jahr, ähm, Feuerwehrmann. Cool. Cool, cool. Ja, das, das würde ich halt gerne echt noch reparieren. Das zählt ja auch so noch mit hier rein. Selbst wenn wir, selbst wenn wir das noch nicht, ähm, also selbst wenn das, ähm, der Arbeitstag eigentlich schon vorbei ist. Dann würde ich ihn gerne hier noch den Wahlcomputer reparieren lassen. Machen wir heute so ein bisschen Computerreparaturtag. Du sammelst hier noch die ganzen Insekten ein. Robotik oder Robotbau lernen. Finde ich eigentlich auch nicht verkehrt. Hm. Mal gucken. So, Stella, dann fangen wir mal hier. Wie sind gerade denn 22 Grad? Das wirkt, das wirkt auf mich alles immer noch so. Gott, ist hier nicht kalt, meine Liebe? So in der, in der Richtung. Wir haben noch vier Insekten gesucht. Ähm, sind nicht alle in deinem Inventar? Ah, okay, dann suchen wir vielleicht hier das Insekt noch. Die Schmetterlinge. Siehst doch, vier Insekten. Ja, wir haben noch vier Insekten gesucht. Ah, ah, wir haben nicht alle gefangen. Ah, okay. Ich meine, ja, wir haben sie gefunden, aber die wollten dann halt nicht gefangen werden, wisst ihr? Können wir noch die Blume pflücken. Hier sollten noch irgendwo Kakerlaken sein. Hm, tolle Kakerlaken. So, doch, okay, das hat geklappt. Du spielst hier ein paar Videospiele. Sehr gut. Du machst die Aufgabe. Und Wildblumen pfücken, okay. Oh, guck mal, wie sie sich voll freut. So, oh, was für eine süße Kakerlake. Schön, dass ich die gefunden habe. Mhm. Okay. Genau. Haben wir jetzt unsere vier? Ja, jetzt können wir die Objekte hinbringen. Können wir theoretisch mit unserem Ehemann nachher noch mal essen gehen eigentlich. Schauen wir mal, ob wir das bekommen. Du bist jetzt auf dem Weg zu deiner Aufgabe. Ja, gucken wir einfach mal, wie es zeitlich passt. Können sie zusammen irgendwie abends essen gehen, wenn sie möchten eigentlich. Ähm, ja. Müssen wir nicht auch noch Hausaufgaben machen? Ja. Können wir die noch mal eben machen? Probieren wir gleich mal. Kannst mal hier hingehen. Gucken wir gleich mal, ob wir das vielleicht noch hinbekommen. Ansonsten können wir ihn natürlich auch einfach ins Bett schicken. Aber es ist erst 19 Uhr, wisst ihr? So, ja, klar, er ist super müde. Aber, also ich würde an seiner Stelle halt auch einfach noch ein bisschen wach bleiben wollen. Auch wenn ich irgendwie es kaum hinkriegen würde. Man kann natürlich ein Nickerchen machen. Aber meistens ist es ja so irgendwie, wenn man da ein Nickerchen macht, dann kann man später auch nicht mehr wirklich schlafen. Oh, ich wollte gerade Mr. Speck füttern. Ich habe vergessen, dass der hier gar nicht mehr lebt. Hm. Aber Mr. Speck. Okay, er ist zu müde. Dann leg dich schon mal ein bisschen schlafen. Vielleicht finden wir demnächst ein neues Nuggetier. Wir haben ja hier, uh, genau, wir haben ja hier mit Stella, ähm, das Ding jetzt. Vielleicht könnten wir mit ihr noch einen Insekt suchen und das ihm demnächst mal schenken. Das wäre doch eigentlich ganz süß. Ähm, wir haben immer noch die Alterung aus, oder? Ja, okay, gut. Ich wüsste auch nicht, warum sie hätte an sein sollen. Aber wollte da einfach nochmal sicher gehen. So, vielleicht können wir ja mal beim Sammelhelfer, ähm, Nagetiere einstellen. Sehen wir noch die ganzen Käfer von der anderen Aufgabe. Ah, hier hinten ist eins. Uh, guck mal, wie viele hier unten sind. Spannend. Hat er, uh, oh mein Gott. Das ist ja hier ein richtiges Nagetier-Paradies. Der Wahnsinn. Die Suche nach vier Insekten war nur ein einfacher Test, um festzustellen, ob denn Sam den ersten Schritt zur alchemistischen Perfektion schafft. Es ist noch einiges mehr zu tun. Uh, und jetzt müssen wir bestimmt warten, bis wir das nächste Ding jetzt dafür kriegen. Was haben wir denn hier für ein kleines Nagetier? Oh, ein Streifenhörnchen. Ich weiß noch nicht genau, welches wir gerne, welches ich hier gerne hätte. Was ganz cool wäre, irgendwie würde ich gerne. Uh, das Einhorn ist da. Sorry, ich muss mir einmal kurz das Einhorn angucken. Oh, das wunderschöne Einhorn hier. Und dann noch Wildpferde dabei. Ach, toll. Die Stadt hat viel mehr zu bieten, als man irgendwie im ersten Moment so richtig realisiert. So, wo wollen wir denn gleich essen gehen? Gehen wir einfach ins Restaurant. Wo ist das denn nochmal gewesen? Habe ich das nicht hier unten hingestellt? Ja, hier, zum lachenden Lachs. Ja, dann gehen wir vielleicht nach hier drüben, wenn der ein Sammelhelfer noch an wäre. Ist der aus? Moment. Nagetier. Toll, jetzt funktioniert mein Sammelhelfer also nicht mehr? Hat das andere Objekt das verbackt oder was? Dann suche ich jetzt eben mal kurz so ein bisschen. Weil ich weiß, hier irgendwo in der Nähe waren ein paar Nagetiere. Ah, wisst ihr, ich glaube, es ist jetzt einfach zu spät für die Tiere. Weil guck mal, Steine und Edelsteine werden mir noch angezeigt. Ich glaube, die Tiere sind einfach nicht mehr da. Die sind aus irgendeinem Grund nur tagsüber da. Naja. Dann gehen wir einfach mal zum Restaurant gleich. Du auch. Sie sammelt hier jetzt eben noch einen Pilz ein. Den ich hier noch gesehen hatte. Ja, aber die sind jetzt einfach leider weg. Machen wir das demnächst einfach. Ausgezeichnet. Die Computer laufen wieder und die Wahl kann wie geplant stattfinden. Du hast die Demokratie gerettet. Das Rathaus ist dir sehr dankbar und überlässt dir einen ansehnlichen Geldbetrag. Ja, cool. Wir sind doch hier sehr, sehr hilfreiche Sims mit Ryan. Genau. Wir können jetzt mal mit Ryan auf ein Date gehen. Ne? Was essen. Über Gartenarbeit reden. Hast du sonst noch irgendwelche passenden Wünsche? Kissenschlacht? Nein. Ähm. Habe ich nicht auf ihn geklickt? Keine Ahnung. So, du möchtest Karaoke singen? Gerade nicht. Gerade nicht, mein Lieber. Zieh vielleicht mal wenigstens das an. Ähm. Ist hier jemand? Nee. Vielleicht jetzt gleich. Ich habe nochmal die Öffnungszeiten geändert. Lass uns ihn mal hier um eine Verabredung bitten. Da kommt unsere Köchin. Oh. Ja. Warum leuchtet sie denn jetzt? Hat sie ihre Aura aktiviert? Oh, das ist ein bisschen komisch. Ich meine, vielleicht leuchtet sie. Vielleicht hat sie ja geleuchtet, weil ihr Ehemann da in der Nähe ist und sie sich einfach gefreut hat. Das kann natürlich sein. Genau, da kocht sie jetzt so ein bisschen. Dann könnt ihr vielleicht mal ein bisschen Händchen halten. Komplimente ums Aussehen machen. Mhm. Oh, Esra ist hier. Hallo. Können wir nochmal ein bisschen über Gartenarbeit reden? Oder können wir noch einen Tag fragen? Über Gartenarbeit reden. Sympathie für Hector ausdrücken? Ich meine, klar. Ich meine, gerade ist Esra hier. Hier mal ein Hektar. Sie ist mit einer Katze hierher gekommen. Okay. Hallo, Esra. Hi, wie sie sich freut, uns zu sehen. Wir sollten aber auf jeden Fall auch gleich mal sitzen und hier unsere Bestellungen aufgeben. Was könntest du denn schönes Essen hier? Wie wär's mit Ratatouille? Und was isst du, mein Lieber? Vielleicht Fisch und Chips? Das klingt doch eigentlich ganz gut. Wir müssen mit ihm auch nochmal ein bisschen mehr trainieren hier. Muskulöser werden und sowas. Film. Ich glaube, für den Film ist aktuell ein bisschen spät, Ryan. Das kriegen wir nicht mehr hin. Ist ein Spiel mit dem Spiel? Okay. Ja, und Pflanzendüngen können wir bestimmt bald auch wieder. Einerseits hätte ich gern mehr Restaurants mit meinen Sims, weil, naja, wir gehen irgendwie fast immer hierher. Aber andererseits lohnt sich das wirklich, viele neue Restaurants zu bauen, nur für die eigentlich gleiche Mechanik. Bin mir noch nicht ganz sicher. So, ich hoffe, wir schaffen es jetzt innerhalb von einer Stunde hier noch zu essen, denn... Und sie geht? Ist das dein Ernst? Okay. Dann wäre das auch erledigt. Unsere Köchin dreht durch. Aha. Naja. Wir haben es versucht. Wobei ich überlege, vielleicht gehen wir einfach dann hier kurz essen. Hier. Imbiss. Ein paar Drinks holen gehen. Hat jetzt mit dem romantischen Abendessen auch nicht ganz geklappt. Ich meine, es ist auch schon nach Mitternacht. War vielleicht doch ein bisschen stressig gedacht. Aber unsere beiden Sims hatten halt auch viel vor. Und ich hoffe, dass wir echt bald die nächste Alchemie-Aufgabe bekommen. Uh, wir haben sogar direkt das nächste bekommen. Ins Arboretum? Ah, ins Arboretum. Ah, okay. Aber interessant, dass uns diese Aufgabe gar nicht angezeigt wurde. So als Text, ne? Weil uns wurde nur gesagt, so, hey, cool. Erster Schritt. Ähm, wir müssen leckere oder bessere Qualität von Eisenhut, Araune und roter Baldrian uns Arboretum bringen. Ähm, mach dich bereit, denn jetzt wird es ernst. Denn Sim hat die erste Herausforderung mit Bravour gemeistert. Doch wird er seinen Weg zur alchemistischen Perfektion fortsetzen können? So, wie gut ist denn unser Eisenhut ausgezeichnet? Unser roter Baldrian auch. Und was war das dritte? Ähm, Araune. Baldrian, Araune. Wo ist unsere Araune? Die haben wir gerade, glaube ich, gar nicht im Inventar. So, müssen wir hier nochmal reinschauen. Da ist unsere Araune. Sehr gut. Das passt. Mhm. Ich überlege, ob ich den ganzen anderen Krems hier auch nochmal reinpacke, einfach damit wir das nicht alles dabei haben immer. So, brauchen nur eine Baldrianwurzel. Stensblatt, Lavendel. Ähm, was noch? Hier ein Eisenhut. Die ganzen Dinger. So. Okay. Dann schicken wir die beiden nochmal nach Hause. So ein krasses Date sollte das jetzt echt nicht sein. Ich wollte sie halt einfach nur zusammen essen gehen lassen, müsst ihr? So, das wäre eigentlich ganz schön gewesen. Aber ist auch so in Ordnung. So, wie machen wir das mit dir? Komm, stehst vielleicht nochmal auf. Isst nochmal wie so ein Mitternachtssnack. Was haben wir noch? Bisschen Salat. Ah, nee, komm, mach dir mal so einen richtigen Mitternachtssnack. Wie wäre es mit einer Mikrowellenmahlzeit? Ist das immer noch ein Teenager? Oh mein Gott, nur eine Unterhose. Naja, 15 Grad. Drin ist bestimmt eh ein bisschen wärmer. Warum seid ihr nicht hier? Leute, was soll das? Kommt bitte nach Hause, ihr beiden. Okay. Sind kurz vor dem Zuhause stehen geblieben. Warum auch immer. Weiß ich jetzt auch nicht. Du kannst vielleicht nochmal auf Toilette gehen. So. Magst du vielleicht nochmal das Feuer anzünden? Soll ich morgen auch nochmal zur Arbeit? Oh, ja. Naja. Genau, dann isst du hier mal deine Mikrowellenmahlzeit. Kannst dich hier mal ein bisschen aufwärmen. Oh, wir sollten mal das hitzebeständig Upgrade machen, oder? Das sorgt bestimmt dafür, dass hier nicht mehr alles anbrennt. Ich hoffe es jedenfalls. So, dann können wir vielleicht mal einen kroketten Witz machen. Und küssen. Liebt umarmen und all das. So, wie sieht's bei dir aus? Ich hab alles okay eigentlich. Genau, räum du mal auf. Dann kannst du vielleicht nochmal hier das Bett machen. Deine Hausaufgaben. Warum hast du das Auto im Inventar? Das muss jetzt wirklich nicht unbedingt in deinem Inventar sein. Das können wir auch einfach hier in die Garage stellen. So. Können die beiden nochmal so ein bisschen... Ne, nochmal so ein bisschen Zeit verbringen. Ja, der wird schon genug... Der wird schon genug Energie haben für den nächsten Tag. So, not kann er da auch schlafen. Das ist ja echt nicht das Problem. Vielleicht können wir am Musetag... Entweder machen wir am Musetag nochmal ein richtiges Date oder wir laden nochmal alle unsere Freunde ein. Für irgendeine coole Party. Vielleicht für eine Poolparty oder so. Das wäre nicht eigentlich gar nicht schlecht. Dann kannst du danach nochmal richtig schlafen. Dann mache ich dir nochmal Musik an. So, und dann könnt ihr beiden eigentlich auch nochmal ein Techno-Müchtel haben. So, okay. Und dann würde ich aber auch mal die Verabredung beenden. Sonst beendet die sich einfach so. Sehr schön. Die beiden haben sich über ihr Date gefreut. Du schläfst auch nochmal ein bisschen. Nein, wir werden nicht mit allen Freunden Freunde fürs Leben. Wir können uns nur eine Person aussuchen. Und ich finde, Kiara ist unsere Freundin fürs Leben. Ja, dann lief das doch schon mal ganz gut. Finn wird, wie gesagt, morgen natürlich nochmal in die Schule gehen. Ich habe auch echt gar kein Verhältnis dazu, wann Finn dann noch erwachsen werden soll. Aber ich finde, das ist noch eine ganze Weile hin. Er ist ja gerade, er ist wirklich Teenager geworden. Er ist, ich würde sagen, er ist vielleicht so 15. Und wir spielen das Monat-Let's-Play ja sowieso sehr langsam. Da wird das noch ein bisschen dauern, bis er älter wird. Erstmal müssen die ganzen anderen Kinder Teenager werden. Also ich weiß nicht, vielleicht wird Dominic sogar... Also vielleicht bleibt Dominic noch ein Kind? Nee. Bleibt Dominic noch ein Kind, bis er, bis Ryan erwachsen wird? Oder eher nicht? Mal sehen, mal sehen. So, auf jeden Fall dann mal hier in Ruhe duschen. Und ja, so richtig was essen kannst du sonst eigentlich auch nicht. Vielleicht nochmal ein bisschen Müsli essen zum Frühstück. Das passt. Genau, duschen wäre ganz schön. Ansonsten kannst du auch einfach jetzt zur Schule gehen gleich eigentlich. Genau. Gibt bestimmt in der Schule was zu essen. So, und sie kann auf jeden Fall ausschlafen bei Ryan. Gucken wir einfach mal, wann die Fahrgemeinschaft kommt. So eine Stunde können wir ihn aufwecken. Hat er jetzt nicht so viel Energie, aber das ist, denke ich mal, okay. Muss er ja auch nicht haben. Das ist jetzt, keine Ahnung. Die beiden Sims haben sowieso sehr viel Freizeit, finde ich. Also es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie so hart am Arbeiten wären die ganze Zeit. Dein Aufsatz über das wissenschaftliche Institut war so informativ, dass die Wissenschaftler ihn sogar auf ihrer Website veröffentlicht haben. Kein Wunder, dass auch deine Schulnoten auf dem Höhenflug sind. Das ist ja nicht eh schon Einser-Schüler. Ich meine, das ist Finn. Ne, das ist noch Zweierschüler. Okay. Das wird bestimmt noch... Uh, wir können neue Freunde finden. Gerne. Uh, nein, wir sollten... Ah ja, genau, wir können neue Freunde finden und dann können wir nämlich nachher die Party planen. Das war ja die Idee, dass wir dann die Schlummerparty machen. Mit Chiara und den anderen. Teilzeitjob, finde ich, brauchen wir nicht. Wir haben genug Geld, dass wir jetzt ihn nicht unbedingt dahin schicken müssen. Uh, wir sollten auch unsere Freundin einladen und sie fragen, ob sie mit zum Abschlussball kommt. Eindeutig. Uh, da hat jemand aber einen kaputten Rücken oder zumindest einen schmerzenden Rücken, sagen wir es mal so rum. Dann kannst du als erstes vielleicht mal den Alarm entstandsetzen. Und auch hier unser Feuerwehrauto. Danach kannst du mal auf Toilette gehen. Ich glaube, wir müssen auch nochmal unsere Kollegen herbeirufen. Arbeitskollegen und zwar alle. Und dann funktioniert die Feuerwache hier auch hoffentlich ganz gut. Oh, zu sehen, wie viel erfolgreich älter wird? Gerne. Aber warum wollt ihr das jetzt schon? Nur weil ich darüber gesprochen habe. Leute, das wird schon noch eine Weile dauern. Hier in seiner Altersphase ist er eigentlich noch am Beginn seiner Teenagerzeit. Ich würde sagen, er ist vielleicht hier oder so. So ein Fünftel seiner Teenagerzeit haben wir vielleicht schon erlebt. Das passt eigentlich ganz gut. So, genau. Du gehst hier auf Toilette. Du kannst hier gerne nochmal duschen gehen. Wir haben gar nichts wirklich für Krafttraining. Auch doch, wir haben das Klimmzug-Ding. Das finde ich noch einigermaßen Krafttraining-mäßig. Dann kannst du vielleicht nochmal hier einen Snack essen. Ein bisschen Salat. Das ist doch gar nicht schlecht. So, dann geht es ihm doch schon mal richtig gut. Oh, du bist aufgewacht. Sehr gut. Du möchtest gärtnern. Genau. Mach vielleicht erstmal das Bett. Einmal duschen. Könnten wir vielleicht nochmal Mittagessen servieren. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, wir könnten mal Frühstück machen. Aber ja, dann ist vielleicht einfach nochmal Salat. Wäsche. Haben wir da noch irgendwie was über? Nö, sieht eigentlich ganz gut aus. Dann kannst du hier auch mal das Bett machen. Und dann können wir hier uns mal in den Garten kümmern. Mhm. Oh, und den Garten nochmal düngen. Da sollten wir vielleicht mal doch nochmal ein paar mehr von den Sachen hier reinpacken. So. Dass wir dann mit den Bohnen düngen können vielleicht. Vielleicht. Mhm. Genau. Macht sie das. Da ist sie auf jeden Fall noch eine Weile beschäftigt. Und wie sieht es bei dir aus hier? Mein lieber Ryan. Okay, hast dich um alles gekümmert. Kannst du mal aufräumen. Hier haben wir eh keine Upgrades mehr. Hier auch nicht. Ja, dann kannst du vielleicht mal ein Nickerchen machen. Oder vielleicht mal hier unten. Genau. Bis jedenfalls irgendwas kommt. Aber das denke ich eigentlich ist mal eine ganz gute Sache. Müssen wir ja auch nicht jedes Mal hier mit den Sims reden. Können ja auch einfach mal unsere eigenen Sachen machen. Ich hoffe, es kommt halt noch in einen Satz jedenfalls. Oder meint ihr, ich habe den einen schon übersehen? Oh, da läuft Steve lang. Warum läuft Steve zu Fuß? Und warum ist der hier? Ich weiß nicht, er hat früher... Hat er hier gewohnt. Aber warum läuft er hier zu Fuß über die Brücke und all das? Steve, du hast ein Auto. Oder hat Indira das wieder mitgenommen? Weiß ich jetzt auch nicht. Na, wie Ryan da gemütlich schläft. Wir haben Serena Rosen in der Schule kennengelernt. Okay. Oder? Sieht das nicht lieb aus, wie er da so schläft? Okay, dann... Hast du noch deinen Theaterverein? Ja, und danach würde ich sagen, gehen wir nach Hause. Und planen mit ihm die Party, die wir aber erst das nächste Mal feiern werden. Aber das ist doch schon mal eine gute Sache hier. Ich habe Sorge, dass hier gar kein... Gar nichts mehr stattfindet. Genau, das ist schon am Gärtner. Pflanzen-Ding werden wir nachher auch noch machen. Das läuft doch ganz gut. Ich möchte aber wirklich noch so ein bisschen bei Ryan in der Nähe bleiben. Weil bis 18 Uhr kann hier immer noch ein Alarm losgehen. Und dann möchten wir natürlich dabei sein. Möchten den nicht verpassen nach Möglichkeit. Ich meine, wir waren eben kurz nicht bei ihm. Aber ich würde gerade sagen, ist das mein Ernst, dass da überhaupt gar kein Geländer ist? Aber es ist... Das passt mit der Treppe. Die ist da eh von der Wand eingerahmt. Ja, dann lassen wir ihn wenigstens mal hier so ein bisschen Klimmzüge machen, oder? Können sich mal ein bisschen selbst anspornen. Vielleicht kriegst du da ein bisschen Muskeln dazu. Das ist auch eine Sache, die ich in Sims 4 mit dem neuen Pack noch nicht ausprobiert habe. Das Mülltonnen tauchen. Ehrlich gesagt, ich finde, das sieht sogar noch ekliger aus in Sims 3. Guckt mal, wie eklig stinkig das aussieht, oder? Äh, naja. Fände ich jedenfalls schade, wenn wir heute irgendwie keinen Einsatz hätten. Eigentlich hat man ja jeden Tag einen Einsatz. Dann müsste ich den wirklich verpasst haben. Kann ja sein. Manchmal, wenn es halt gerade so ein kleiner Hausbrand ist, dann geht der auch schnell mal wieder weg. Dass der dann schnell wieder gelöscht wird. Ah. Naja, so oder so beende ich die Folge jetzt erstmal hier. Wir sehen, dass nächste Mal, ob Ryan vielleicht doch nochmal auf einen Einsatz gerufen wird heute. Wir werden mit Finn die Pyjama-Party planen, die wir hier schon vorhatten. und mit Stella vielleicht mal in unserer Alchemie-Aufgabe weiterarbeiten. Ich weiß nicht, ob wir angeln wollen. Ich glaube, eh nicht mal. Vielleicht auch nicht. Aber dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.